Herzlich Willkommen bei PEAD! Die Bauma hat begonnen, wir freuen uns sehr, dass die ersten Kunden schon da sind, so dass wir hier loslegen können. Wir alle sind schon unheimlich gespannt und freuen uns sehr. Wir haben einiges zu zeigen und da gibt es einen richtigen Rundgang, den wir hier machen können, vom Bereich der Infrastruktur hinter mir, über die Klettertechnik, die Deckenschalungen, digitale Lösungen aller Art, auch sehr viele neue Technologien, die wir hier zeigen werden. Wir haben den Bereich der Nachhaltigkeit und dann aber natürlich die ganzen Wandschalungen und Gerüste. Schalungen, Gerüst, alles hängen. Der 3D-Drucker. 3D-Beton-Druck. Weil ich denke, es ist eine Zukunftstechnologie. Es ist sehr viel zu sehen, man kann hier richtig viel Zeit verbringen und ich freue mich auf Sie, ich freue mich auf viele Kunden, die uns besuchen werden. Herzlich Willkommen auf der Bauma. Willkommen durchführen mit der Bundesrepixo-Srique in der Haft Ethan Schulengroschlappe. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf, der Änte очень Neuner非常的 thisойд because. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie Pünke, der Meist.